hallo liebe freunde wir spielen wieder fable wir haben ja letztes mal die friedhofs quest erledigt mit sehr sehr vielen untoten mir fällt gerade ein endlich mal den gang auch noch mal kontrollieren können naja erstmal vormerken haben wir hier neue quest karten schatzsuche räuber haben leute aus bauers donat führt sucht die bande und befreit die geisel übernehmen wo müssen wir eigentlich zu hin karte zum aussichtspunkt nun gut wie viel erfahrung haben war stärke es war noch ein bisschen mehr aber noch nicht so wirklich wird also machen wir die quest hier spiel wird gespeichert vielleicht können wir neuen titel ranger das ist ja alles will ich nicht so aber da fällt mir etwas ein es ist nacht und wir könnten vielleicht forstkampf machen bevor wir das wieder irgendwie vergessen ich will das endlich mal fertig haben wo man war so lange unterwegs ich renne in die falsche richtung ich bin der häuptling von nothole grade und auch der beste kämpfer ja klar wenn ihr euch in einen brutalen kampf stürzen wollt legt etwas gold in den topf machen wir doch das ganze gold ihr verliert wenn ihr zu viele treffer einsteckt oder den ring verlassen ihr mögt ein mächtiger hilf sein ja blablabla kennen wir ja alles macht euch bereit gleich geht's los so und dann haben wir wahrscheinlich die letzte stufe recht zwei rein 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 der hat schon mehr eingesteckt der eine steht da voll im weg da dachte ich das ist wenn jetzt zwei kämpfe auf einmal ja ja ich bleibe im ring wenn der immer wieder raus schiebt hier geht doch in die fresse verdammt jetzt blockt er wieder gut der nächste nummer drei ist fertig nummer vier und dann kommt ob ich der anführer so den haben wir schnell erledigt kommt jetzt noch eine wer solltet doch im ring bleiben verdammt so den nächsten das läuft ja echt souverän ab hier noch immer ja ja verdammt nach zwei treffern habe ich verloren dreck das war natürlich jetzt ein bisschen doof das regt mich jetzt ein bisschen auf egal weiter geht's dann holen wir uns hätten die miete jetzt ab zwei treffer und schon bin ich aus zack zack dann geht's noch nach ok vielleicht sollten wir uns hier ein haus suchen was war erstmal übernehmen war bauerstone war zu teuer jedenfalls nord und süd bringt wahrscheinlich zu wenig mieten ein dann nochmal unsere runde das die 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 wie fast 30.000 no homo so 29 jetzt noch nach boston oder wollen wir doch da erst mal wieder ein paar gebäude übernehmen wieder also wieder überhaupt für 30.000 sollte ich mir schon einiges holen können so haben wir das auch erledigt okay dann müssen wir mal gucken tauschen folgen gut der typ ist nicht mehr hier ich nehme jetzt einfach alle mit die ich finde folge mir alles klar ich gehe mit euch folge mir folge mir alles klar ich gehe mit euch sehr gut könntet ihr mir das wohl erklären nö einfach mit kommen ja ich komme mit so nicht die schank meint ich bin zur stelle und du kommst auch mit ist oben noch jemand ne mit kommen mal gucken wie viel häuser wir dann wirklich übernehmen könnten ne alles gut mach platz so du kommst mit na na juhu folge mir folge mir alles klar ich gehe mit euch hey oh ein silberschlüssel mensch was man nicht noch alles entdeckt was man nicht noch alles entdeckt und jetzt platz leute platz ich brauche platz was ihr habt was getan tut mir leid aber das kapiere ich nicht brauchst du auch nicht mit kommen du kommst auch mit folge mir alles klar ich gehe mit euch kommst du jetzt mit oder nicht folge mir alles klar ich gehe mit euch ich dachte wir würden es krachen lassen juhu dann nicht spiel wird gespeichert der aussichtspunkt so bleib hier 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 und bleib hier warte ja warte warte ich gehe dabei Mal gucken, wie viel wir jetzt übernehmen können. Das lasse ich erstmal. Das ist ja ein Lahn. Nicht, dass es wieder schief geht. Das Haus nicht. Hey, hatten wir den nicht mitgenommen? Das Haus auch nicht. Wo sind die denn bitte? Gar kein Haus. Selbst das nicht. Haben wir irgendwelche Komponenten vergessen? Den Lehrer kann ich natürlich noch mitnehmen. Wieso Liebster? Gehst du fremd? Wenn zur Stelle. Ja, dann folgt doch. Folge mir. Wenn zur Stelle. Hurra! Geht doch. So. Wahrscheinlich müssen wir die Kinder auch noch rauslotsen. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Folge mir. Warte. Folge mir. Komm schon! Folge mir. Lehrer. Verdammt. Folge mir. Folge mir. Warte. Folge mir. Du auch noch. Ich werde ein Held. So, haben wir alle. Gut. Ich hoffe, das lag jetzt wirklich an den Kindern. Ich hoffe, das lag jetzt wirklich an den Kindern. Schwerter, Äxte, Schilde, Rüstungen. Wir haben alle. Nö, gut. Nimm wir dich auch mal mit. Ich will ein Bier. Ach, das geht gar nicht. Nun gut. Wo bleibt der Rest? Drei. Schwerter, Äxte, Schilde, Rüstungen. Wir haben alles. Fünf. Oh, wir hängen denn die anderen wieder ab. Das sieht schon besser aus. Na komm, put, 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 put. Vielleicht müssen wir auch gar nicht warten und bräuchten einfach nur rausgehen, aber sicher ist sicher. So, dann mal raus. Hauptsache, kommen jetzt die anderen nicht wieder, die ich gerade rausgeschmissen habe. Oh, ne, die Kinder bleiben hier. Äh, drin. Wie soll ich denn dann die Butzen übernehmen? Oh, Brechreiz. Töten will ich die nicht. Verdammt. Oder kann ich die Kinder nur mitnehmen, wenn sie nicht gerade in der Schule sind? Ganz Aktion umsonst. Na gut, dann weiß ich das trotzdem. Oh, endlich. Wozu ist der Kai hier gut? Nur für die zwei Nebenquests und immer kloppen? Irgendwie ein bisschen doof. Ob hier ein Grabungsort ist? Nö. Und was bedeuten die Fischkota hier jedes Mal? Man kommt nicht an Bord. Aber sie sind da. Na gut, egal. Ähm, spitze. Bedanke mich. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.